Keiner hat Bock auf sie und wenn sie da sind, sollen sie am besten schnell wieder verschwinden. Worüber spreche ich? Ich spreche über Augenringe. Augenringe können grundsätzlich mehrere Ursachen haben. Heute sprechen wir aber nicht über die Ursachen, sondern wir kümmern uns um die Lösung und schauen, wie man Augenringe schnellstmöglich wieder wegbekommt. Beziehungsweise, was man dagegen tun kann. Wenn man morgens aufsteht, dann kann es unter Umständen sein, dass die Augen möglicherweise etwas geschwollen sind und man etwas Augenringe hat oder die Haut auch möglicherweise unter den Augen etwas trocken ist. Eine Möglichkeit, um da entgegenzuwirken, wäre zum Beispiel einfach, einen kalten Teelöffel erst in den Kühlschrank zu legen und den kalten Teelöffel oder Esslöffel dann auf die Augen zu legen, um die Augen entsprechend runter zu kühlen. Eine andere Option wäre zum Beispiel folgende. Ihr könnt auch eine Gurke schneiden, wie man es aus der Spa-Werbung kennt und eine kühle Gurke dann auf eure Augen drauflegen. Hat übrigens noch einen weiteren Vorteil, denn die kühle Gurke kühlt natürlich ein Stück weit, aber spendet auch von sich aus ein Stück weit Feuchtigkeit. Die wohl effektivste Möglichkeit, Augenringe zu bekämpfen, ist mit einem passenden Augengel. Denn die feine Haut unter den Augen ist einfach wesentlich anfälliger und auch wesentlich feiner als die restliche Haut und dementsprechend braucht man hier einfach passende Pflege. Im Idealfall nutzt sich hier ein Augengel, welches auch Anti-Aging-Wirkstoffe innehat, wie zum Beispiel unser neues Augengel. In unserem neuen Augengel sind nicht nur Anti-Aging-Wirkstoffe, sondern auch aufhellende Wirkstoffe enthalten, wie zum Beispiel Vitamin E, Kollagen, Q10, als auch Hyaluronsäure. Und damit kannst du halt die Augenpartie mit der nötigen Feuchtigkeit versorgen und feine Linien oder Fältchen als auch Augenringe können damit langfristig sicher reduziert werden, unter der Voraussetzung, dass man natürlich so ein Gel auch konstant im Idealfall zweimal täglich benutzt. Drittens, Eisen. Ein Grund für Augenringe kann nämlich zum Beispiel ein Eisenmangel sein. Einfach mal zum Hausarzt gehen, Blutcheck machen und einfach mal die Eisenwerte überprüfen lassen. Wenn du dann die Information bekommst, dass du tatsächlich einen Eisenmangel hast, einfach hier ergänzend Nahrungsergänzungsmittel zu dir nehmen, heißt passend Eisen zu dir zu nehmen, um so dementsprechend entgegenzuwirken. Alternativ kannst du natürlich an dieser Stelle auch mit eisenhaltiger Ernährung arbeiten, wie zum Beispiel mit Fleisch, Haferflocken oder Nüssen. Wenn man die Haut nicht ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt, dann ist es gerade an den Augenpartien so, wo die Haut halt sehr fein ist, dass die Haut halt noch mehr einfällt und dementsprechend verstärkt Augenringe auftreten können. Das heißt für euch Leute, ich kann es nicht laut genug sagen und nicht aufgesucht sagen, trinken, trinken, trinken und zwar Wasser. Von trinken, trinken, trinken kommen wir jetzt zu nicht trinken, trinken, trinken. Was ihr nicht trinken solltet, ist logischerweise Alkohol. Denn wie man weiß, Alkohol entzieht dem Körper Wasser bzw. entwässert und das wollen wir natürlich nicht. Zudem ist es so, dass natürlich auch Alkoholkonsum für den Körper Stress bedeutet. Und Stress brauchen wir auf gar keinen Fall, denn wir wollen die Augenringe loswerden. Grundsätzlich ist es sehr empfehlenswert, Sonnenschutz zu verwenden. Nicht nur im Sommer, sondern auch grundsätzlich. Und da wir ja mitbekommen haben, dass die Augenpartie, die Haut an der Augenpartie sehr empfindlich ist, sollten wir auch die sehr empfindliche Haut an den Augenpartien logischerweise vor Sonneneinstrahlung UV-Licht schützen. Ansonsten riskiert man einfach noch empfindlichere Haut an den Augenpartien, noch mehr Falten und eine extremere Pigmentierung, was alles dazu führt, dass man langfristig einfach noch anfälliger ist für Augenringe, was man natürlich nicht möchte. Siebtens, Sport ist kein Mord, sondern Sport fördert die Blutzirkulation. Und die Blutzirkulation brauchen wir, damit wir keine Augenringe bekommen. Heißt, macht ordentlich Sport, Leute. Ist grundsätzlich natürlich auch super. Und wenn ihr keinen Sport machen könnt, aus welchen Gründen auch immer, geht mindestens an die frische Luft und macht mindestens einen Spaziergang über eine Stunde am Tag. Aus Erfahrung weiß ich, dass unser Augengel auf Wunder wirken kann, wenn man mal nicht ganz so viel geschlafen hat. Dennoch empfehle ich euch auf diesem Wege trotzdem immer ausreichend und vor allen Dingen erholsamen Schlaf zu bekommen. So zwischen sieben bis neun Stunden sollte ausreichend sein. Falls dir an dieser Stelle jemand einfällt, der Probleme hat mit Augenringen, dann teile liebend gerne mein Video heute mit ihm. Ich würde mich nämlich sehr freuen, wenn ich euch da draußen mit meinen Videos und meinen Tipps ein Stück weit weiterhelfen kann. Unser neues Augengel findet ihr in der Infobox verlinkt. Checkt das gerne aus. Und auf diesem Wege wünsche ich euch maximal schöne Augen, die ich jetzt küsse.